Im März 2005 kommt die 35-jährige Malis aus dem Kinderzimmer ihrer Tochter und sagt zu ihrem Freund, ich glaube Zicke ist tot. Zicke nennen die beiden ihr siebenjähriges Kind. Der Lebensgefährte Burkhard wählt aus der Hochhauswohnung in Hamburg den Notruf. Dem Notarzt offenbart sich vor Ort ein entsetzliches Bild. Das kleine Mädchen hat bereits die Leichenstarre und ist abgemagert auf wenige Kilogramm. Das Kinderzimmer gleicht einem Verlies. Alles ist zugemüllt und der Dreck läuft förmlich die Wände hoch. Sofort gibt der Arzt Meldung an seine Kollegen von der Polizei. Die Ermittler untersuchen den Fall im Anschluss und dabei tut sich ihnen ein ungeheurer Abgrund auf. Die beiden Eltern haben ihre siebenjährige Tochter jahrelang gefoltert und letztendlich zu Tode gequält. Doch wie konnte das mitten in einem Mehrfamilienhaus in der Millionenstadt Hamburg passieren? Und wieso wusste scheinbar niemand, dass das Kind überhaupt existiert? In diesem Video geht es um den traurigen Fall Jessica. Ihr erfahrt detailliert, was das arme Mädchen in ihrem kurzen Leben erleiden musste und wie es dazu kommen konnte, dass die zwei Menschen, denen sie am meisten vertraut hat, ihr Leben zur Hölle auf Erden gemacht haben. Darüber hinaus zeigt der Fall, dass die deutschen Behörden damals versagt haben und Jessica, vorsichtig ausgedrückt, heute noch leben könnte. Bevor die Ermittler ihre Untersuchung anstellen, steht zunächst einmal die Obduktion von Jessicas Leichnam an, um die etwaige Todesursache feststellen zu können. Wie eingangs erwähnt, fiel sofort auf, dass das Mädchen völlig abgemagert ist. Zum Todeszeitpunkt hat sie nur 9,5 Kilo gewogen, was in etwa dem Gewicht eines Dreijährigen entspricht. Ihr Gesicht war dementsprechend völlig eingefallen und jeder einzelne Knochen sichtbar, also ein ähnlicher körperlicher Zustand, wie man ihn von KZ-Häftlingen kennt. Die Latzhose von Jessica ist am Rücken mit Kabelbindern zugeschnürt gewesen. Beim Entfernen stellen die Rechtsmediziner fest, dass an ihrem After steinharte Fäkalien förmlich festgeklebt waren. Letzten Endes ist Jessica an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt und dadurch gestorben. Die Untersuchung des Mageninhalts bringt darüber hinaus etwas völlig Abscheuliches hervor. Das arme Kind hat in ihrer Verzweiflung und aus unerträglichem Hunger heraus Teile des Teppichs in ihrem Zimmer gegessen. Die Mutter Malis sagt bei der ersten Befragung noch am Tatort, dass Jessica den Abend zuvor noch gelebt und gemeckert hätte. Doch die Polizisten merken sofort, dass die 7-Jährige durch ein Fremdverschulden zu Tode gekommen sein muss. Also werden die beiden Eltern Malis und Burkhard umgehend verhaftet und aufs Präsidium geführt und dort eingehend befragt. Und dort zeigt sich die pure Ignoranz und Abartigkeit der zwei. Burkhard schiebt den Großteil der Erziehung seiner Frau zu. Mit dem Kind sei aber alles in Ordnung gewesen. Jessica hätte lediglich ein bisschen abgenommen, sagt er. Malis hingegen überträgt die Schuld auf ihr Kind. Jessica hätte das Essen verweigert, niemanden an sich herangelassen und zum Arzt wollte sie auch nicht. Den Ermittlern ist klar, dass viel mehr hinter dem Fall steckt und die zwei sich mutmaßlich der schwersten Straftat überhaupt schuldig gemacht haben. Mord. Selbiges wird durch den Obduktionsbericht bestätigt. Demnach hat Jessica über Monate, wenn nicht sogar über Jahre, völlig isoliert und in kompletter Dunkelheit gelebt. Ohne Nahrung ist sie bis auf die Knochen abgemagert. Am Ende war sie in einer derart schlechten körperlichen Verfassung, dass sie weder sprechen noch laufen konnte. Also wird für Malis und Burkhardt untersuchungshaft angeordnet und von nun an ermittelt die Mordkommission wegen Mordes durch Unterlassen. Relativ schnell bekommt die Presse Wind von dem Fall und die Medien überschlagen sich mit Berichten in ganz Deutschland. Erste Befragungen von Nachbarn ergeben, dass offensichtlich niemand wusste, dass Malis und Burkhardt ein Kind haben. Gegenüber Freunden und Verwandten haben die zwei Jessica immer geheim gehalten. Ein Kollege von Burkhardt sagt aus, dass er ihm auf Nachfrage ein Foto eines ganz anderen Kindes gezeigt hat und das als Jessica ausgegeben hat. Parallel dazu wird die ganze Wohnung und insbesondere Jessicas Kinderzimmer untersucht. Das Kinderzimmer war nicht etwa mit Spielzeug und bunten Bildern bestückt, sondern glich einem Verlies. Die Fenster haben die Eltern mit schwarzer Folie beklebt, sodass kein Tageslicht hineinkommen konnte. Ebenso waren die Griffe festgeschraubt worden und ließen sich daher nicht öffnen. Das Heizungsthermostat haben die beiden mit Kabelbinder auf Stufe 1 fixiert. Dementsprechend war es in dem Zimmer, insbesondere im Winter, bitterkalt. Die Decke ist komplett mit Schimmel überzogen gewesen und aus der Matratze ragten die Sprungfedern heraus. Die Tür war stets abgeschlossen, sodass Jessica auch nicht raus konnte. Der Lichtschalter war ohne Gehäuse, aber voll auf Strom. Dadurch konnte das Licht nicht eingeschaltet werden und Jessica musste demnach den ganzen Tag in einem dunklen und kalten Raum auf wenigen Quadratmetern verbringen. Und nicht etwa ein, zwei Wochen, sondern jahrelang, jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Wenn das nicht schon schlimm genug wäre, kommt es noch schlimmer. Die Ermittler stellen bei der Untersuchung fest, dass aus dem Lichtschalter ein dünner Kupferdraht ragt. Der ist von Malice und Burkhard dort installiert worden. Mit dem Ziel, dass Jessica ihn anfasst und einen tödlichen Stromschlag erleidet. Dafür haben die zwei sogar den Teppichboden in unmittelbarer Nähe weggeschnitten, damit Jessica bei der Berührung des Drahtes auf dem nackten Estrich steht. Das hätte den Strom noch besser durch ihren kleinen Körper geleitet. Malice und Burkhard hätten den Tod dann als tragischen Haushaltsunfall aussehen lassen können. Ansonsten gab es in dem Zimmer weder ein Klo noch fließendes Wasser. Das kleine Mädchen war also gezwungen, ihre Ausscheidung irgendwo in einer Ecke zu verrichten und dann mit dem Gestank zu leben. Wie die Obduktion aber zeigte, musste sich Jessica, weil ihre Hose mit Kabelbindern fixiert war, permanent in die Hose machen. Den Ermittlern ist damals unklar, wie ein kleines Kind so lange gefangen gehalten und völlig isoliert werden kann, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Dennoch reichen die Indizien und Beweise, um sie der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Kurz darauf wird die Anklage und der darauffolgende Gerichtsprozess gegen Malice und Burkhardt vorbereitet. Im März 2005 startet die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Hamburg. Die Zeitungen haben sich zuvor mit Horrormeldungen überschlagen. Also ist der Andrang von Reportern und Prozessbeobachtern enorm. Alle wollen die zwei Monster sehen, die einem kleinen Mädchen die unmenschlichsten Dinge überhaupt angetan haben. Der Staatsanwalt liest in der Anklageschrift die grausamen Details vor. Malice und Burkhardt haben sich demnach dazu entschieden, Jessica qualvoll sterben zu lassen. Bevor es aber im Einzelnen um die eigentlichen Vorwürfe geht, werden die Lebensläufe der zwei Angeklagten aufgearbeitet. Danach wird erörtert, wie es zu dem grausamen Schicksal und letztendlich zum Tod Jessicas gekommen ist. Malice hat ihren leiblichen Vater nie kennengelernt. Ihre Mutter war Alkoholikerin und hatte immer wieder neue Lebensgefährten. Zumindest einer davon hat Malice jahrelang sexuell missbraucht. Die Mutter hat die Übergriffe tatenlos mit angesehen. Mit 13 zieht sie zu ihrer Tante und macht nach der Schule eine Ausbildung zur Friseurin, die sie allerdings nie abschließt. 1991 heiratet Malice einen Mann, mit dem sie zwei Söhne und eine Tochter bekommt. Doch wenige Jahre später geht die Ehe in die Brüche. Das erste Kind wird zur Adoption freigegeben. Das Sorgerecht für die anderen zwei erhält ihr Ex-Mann. Denn ein Familiengericht hat damals entschieden, dass Malice mit der Erziehung überfordert ist. Mitte der 90er arbeitet sie eine Zeit lang als Näherin in Hamburg. Zeitgleich lernt sie Burkhard kennen. Er hat ursprünglich in Berlin als Maler und Lackierer gearbeitet, ehe er in die Hansestadt gezogen ist. Die beiden werden ein Paar und leben fortan mehr schlecht als recht zusammen. Sie gehen keiner Beschäftigung nach und leben irgendwie vor sich hin. Irgendwann ist Malice mit Jessica schwanger. Doch das Kind ist alles andere als erwünscht. Eine Abtreibung ziehen sie aber nicht in Betracht. Stattdessen versucht sie, irgendwann während der Schwangerschaft, das Kind mit einem Schraubenzieher selbst abzutreiben bzw. zu töten. Doch es bleibt offensichtlich bei diesem einen gescheiterten Versuch und Ende der 90er kommt Jessica völlig gesund zur Welt. Malice gibt vor Gericht zu, Jessica vernachlässigt zu haben. Mit weinerlicher Stimme und kaum verständlich macht sie Angaben zu den Vorwürfen. Demnach hat sie bereits seit 2000, also fünf Jahre vor dem Tod, nicht mehr draußen mit ihr gespielt und sie zu keiner ärztlichen Untersuchung gebracht. Anfänglich, sagt sie, hat sie Jessica nur in ihrem Zimmer eingesperrt, wenn sie die Wohnung verlassen hat. Mit der Zeit hätte sich aber immer klarer herauskristallisiert, dass das Mädchen sich nicht normal entwickelt. Sie hat die Nahrung angeblich nie eigenständig aufgenommen und musste stets gefüttert werden. Ende 2003 habe sich die Familiensituation dann noch viel mehr zugespitzt. Burkhard erkrankt aufgrund seiner Alkoholsucht an einer Leberzirrhose. Er geht nicht arbeiten, wäscht sich kaum und zeigt sich gegenüber Malice und seinem Kind völlig gefühlskalt. Malice sagt aus, dass sich das Verhalten von Jessica daraufhin enorm verschlimmert hätte. Sie habe jegliche Nahrung verweigert, immer mehr abgenommen, sich zurückgezogen und wieder in die Hose gemacht. Aus Frustration habe Malice gemäß ihren Aussagen dann nicht mehr eingesehen, alleine für die Versorgung von Jessica zuständig zu sein. Infolgedessen sei es zu der Verwahrlosung und dem späteren Tod gekommen. Burkhard selbst schweigt vor Gericht und macht keinerlei Angaben. Die Schilderungen von Malice decken sich aber nur teilweise mit den vor Ort gefundenen Indizien und Beweisen. Der Staatsanwalt hebt die Todesfalle mit dem Draht hervor und wirft den Eltern vorsätzlichen Mord vor. Demnach haben sie Jessica absichtlich in völliger Dunkelheit und Kälte eingesperrt und vor sich hinvegetieren lassen. Dass das Kind Dinge wie Laufen, Sprechen, auf die Toilette gehen und zu essen verlernt hat, liegt nicht an ihrer angeblichen Sturheit oder einer gestörten Beziehung zu ihrem Vater, sondern daran, dass sie vollkommen isoliert und eingesperrt wurde. Ebenso ist Jessica zumindest in den letzten Wochen ihres Lebens in ihrer Latzhose gefangen gehalten worden. Die Fixierung mittels der Kabelbinder konnte sie unmöglich eigenständig entfernen. Demnach war sie gezwungen, ihre Ausscheidung in die Hose zu machen, was man meiner Auffassung nach ebenfalls als Foltermethode bezeichnen kann. Im Prozess stellt sich natürlich auch die Frage, warum es niemandem aufgefallen ist, dass ein Kind jahrelang isoliert wird. Zunächst muss man sagen, dass Jessica auf normalem Weg geboren und auch registriert wurde. Aber wie gerade bereits ausgeführt, hat Mahlis Jahre zuvor das Sorgerecht für ihre ersten drei Kinder verloren. Da hätte das Jugendamt eigentlich prüfen müssen, ob sie nun mit ihrem vierten Kind, also mit Jessica, überhaupt klarkommt und es vernünftig erziehen kann. Das Problem war aber, Mahlis und Burkhard sind in die gemeinsame Wohnung in Jenstedt gezogen und dort war wieder ein anderes Jugendamt zuständig. Und die hatten über Mahlis Vergangenheit und ihre anderen drei Kinder sowie ihre Unfähigkeit der Erziehung keine Kenntnis. Dementsprechend hat es seitens der Behörden auch keine Fragen oder Überprüfungen gegeben. Auf dem Papier waren Mahlis, Jessica und Burkhard eine ganz normale Familie. Geändert hat sich das erst, als Jessica fünf Jahre alt ist. Vom Einwohnermeldeamt ist damals an eine örtliche Grundschule ein Schreiben mit dem Namen sämtlicher Kinder rausgegangen, die eingeschult werden sollen. Darunter war auch Jessicas Name. Die Schule hat daraufhin die Eltern angeschrieben und eingeladen. Es sollte die Einschulung besprochen und vorbereitet werden. Doch Mahlis und Burkhard zeigen auf die mehrfachen Schreiben keinerlei Reaktion. Also übergibt die Grundschule den Fall an die Behörden weiter. Und auch die zuständige Behörde schreibt Mahlis und Burkhard ebenfalls an. Doch wieder reagieren die zwei nicht. In den folgenden Wochen steht ein Beamter vergeblich dreimal an der Haustür der Wohnung in Hamburg-Jenstedt. Nachdem niemand die Tür öffnet, befragt der Mann schließlich Nachbarn. Und die sagen ihm, dass in der Wohnung kein Kind leben würde. Er vertraut den Aussagen und geht davon aus, dass es eine zu diesem Zeitpunkt sechsjährige Jessica in dieser Wohnung nicht gibt und die ursprünglichen Mieter, also Mahlis und Burkhard, scheinbar weggezogen sind. Er notiert den Fall als Meldefehler, legt ihn ad acta und gibt dem Jugendamt keine Meldung weiter. Bedauerlicherweise vegetiert Jessica in diesem Moment schlimmer als jeder Gefangene in ihrem Verlies vor sich hin. Ohne die Chance auf Rettung. Man muss fairerweise dazu sagen, dass der Beamte, der den Fall bearbeitet hat, bürokratisch und rechtlich korrekt gehandelt hat. Er konnte unmöglich ahnen, dass dort ein Kind festgehalten wird und in Lebensgefahr schwebt. Darüber hinaus hätte selbst das Jugendamt zunächst nicht viel machen können. Die Tatsache, dass ein Kind von den Eltern nicht eingeschult wird, stellt noch keinen hinreichenden Anfangsverdacht dar, um die Wohnung zu stürmen. Demnach ist die behördliche Schuld, nicht einzelnen Personen zuzuschreiben, sondern die Gesetze und Vorschriften waren einfach zu lasch und lückenhaft. Es ist zwar traurig, dass erst ein Kind sterben musste, damit sich etwas ändert, aber immerhin hat die Politik im Nachgang die Gesetze angepasst und etwaige Lücken geschlossen. Demnach wird heutzutage viel genauer geprüft und der Sache auf den Grund gegangen, wenn beispielsweise Eltern ihr Kind nicht in der Schule anmelden. Darüber hinaus muss erwähnt werden, dass die Verantwortlichen von damals sich nicht rausgeredet, sondern ihre Schuld und entsprechende Fehler ganz klar eingesehen haben. Im November 2005 steht der Tag an, auf den alle gewartet haben. Jenstedt, Hamburg und ganz Deutschland hoffen auf Gerechtigkeit für Jessica und ein faires Urteil. Für die Staatsanwaltschaft bedeutet das übersetzt lebenslang wegen Mordes. Aber wir alle kennen die deutsche Justiz. Da gab es in der Vergangenheit durchaus das ein oder andere Urteil, bei dem die Strafe viel zu gering war und dass ein Jurastudent im ersten Semester besser hätte beurteilen können als der jeweilige Richter. Aber in diesem Fall hat der vorsitzende Richter keinerlei Gnade walten lassen. Als letztes muss man aber noch die psychologischen Gutachten der beiden Angeklagten betrachten. Demnach ist Burkhard zwar gefühlsarm und Alkoholiker, aber in keinster Weise anderweitig psychiatrisch krank gewesen. Malice hingegen hatte eine sehr schwere Kindheit, hat sich aber, so die Auffassung des Psychiaters, stabilisiert. Entscheidend für die Tat war folglich das Verhältnis zwischen den Eltern untereinander. Einerseits das Desinteresse und die Vernachlässigung von Burkhard gegenüber seiner Tochter und Malice daraus resultierendes Verhalten. Nach dem Motto, wenn der sich nicht kümmert, kümmere ich mich auch nicht. Aber der Gutachter kommt ganz klar zu dem Ergebnis, und das ist von entscheidender Bedeutung für das spätere Urteil, dass beide voll schuldfähig sind. Am 25. November 2005 verurteilt das Landgericht Hamburg, Malice und Burkhard jeweils zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes. Das Gericht sah das Mordmerkmal der Grausamkeit als erfüllt an. In seiner Urteilsbegründung hat der Richter noch einmal traurige, aber durchaus wichtige Erkenntnisse angesprochen. Er stellt fest, dass Jessica sich zunächst normal entwickelt hat. Als die Eltern dann während ihres dritten Lebensjahres in die Hochhauswohnung gezogen sind, hat sich ein schleichender Prozess in Gang gesetzt. Die Katze bekam etwas zu fressen. Jessica hingegen musste hungern. Die Katze durfte sich in der Wohnung frei bewegen. Jessica war in einem modrigen Zimmer eingesperrt. Neben den körperlichen Qualen war es dem sieben Jahre alten und geistig völlig normal entwickelten Kind durchaus bewusst, dass sie in der Wichtigkeit unter dem Haustier steht. Ebenso ist klar, dass Burkhard die Stromfalle absichtlich angebracht hat, um Jessica zu töten. Die beiden Eltern wollten das arme Kind loswerden, damit sie ihr Leben ungestört und in Ruhe mit Bekannten auf unzähligen Kneipentouren verbringen können. Mit diesen Ausführungen beendet der Richter den Prozess und die zwei verurteilten Mörder, Malice und Burkhard, werden umgehend ins Gefängnis gebracht. Zwar hat die Verteidigung etwas später Revision eingelegt, doch die ist vom Bundesgerichtshof abgelehnt worden. Rund zehn Tage nach dem Leichenfund damals ist Jessica unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in einem kleinen weißen Sarg auf einem örtlichen Friedhof beerdigt worden. Die Menschen aus der Nachbarschaft waren sichtlich schockiert und in tiefer Trauer. Niemand hat geahnt, dass nur eine Tür weiter ein armes Mädchen in völliger Verwahrlosung monatelang qualvoll vor sich hin stirbt. Bedauerlicherweise lässt sich über Jessicas Wesen, ihre Charakterzüge, Hobbys, Vorlieben oder sonstiges nicht sagen, da sie quasi als das vergessene Kind gelebt hat, wenn man das überhaupt als Leben bezeichnen kann. Darüber hinaus gibt es meines Wissens nach auch nur dieses eine Bild von ihr. Das Video und die Vorstellung eines solch schlimmen Falles soll dazu beitragen, dass derartige Schicksale und die Opfer nicht vergessen werden. Ich will darauf aufmerksam machen, dass auch heute noch in Deutschland Kinder Gewalt erfahren, Leiden teilweise gequält und sogar getötet werden. Wenn ihr mich unterstützen und die Aufmerksamkeit dieser Missstände erhöhen wollt, abonniert gerne meinen Kanal und hinterlasst einen Kommentar oder ein Like. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.